Was ist der beste Brennstoff in Minecraft? Fast jeder benutzt Kohle, was gerade mal 8 Items schmelzen kann, aber es gibt 4 Brennstoffe, welche mehr Items schmelzen können. Blaze Rods machen 12, aber sie sind schwer zu bekommen, also lohnt es sich nicht. Der Lava-Eimer macht das meiste mit 100 Items, aber man kann es nicht stacken und müsste eine nervige Konstruktion dafür bauen, damit es gut funktioniert. Kohle-Blöcke machen 80, aber fast niemand schmelzt 80 Items am Stück, was heißt man verschwendet alles nach dem Stack. Das heißt nur noch getrocknetes Seetank bleibt übrig, welches pro Block 20 Items verbrennt und zudem noch sehr einfach zu bekommen ist. Und das beantwortet die Frage,